Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel AFK Arena. Ich werde jetzt mal starten, voll mit rein und los geht es. Ich muss jetzt noch ein bisschen warten, bis das Spiel geladen ist. Hier, komm, schneller, schneller. Und, 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 da ist es. Okay, ich war schon sehr lange nicht mal online, deswegen ist hier so ein Haufen voller Gold und Kisten. Das nehmen wir mal alles. So, jetzt ist es weg. Schön. Was ist denn da? Rückkehr des Helden. Bin ich hier zu der Held? Ach, bestimmt. Ne, doch nicht. Schade. Anwenden. Anwenden. Freude Siste. Ah, okay. Das sind jetzt alles Anfragen, die ich gestellt habe, wer mein Freund sein möchte. Gibt es meine Gilde eigentlich noch? Bestimmt. Oh, schön. Anwenden. Und, was ist da? Was ist da? Was ist das? Was ist das? Das sagt, hier ist noch was zum Arbeiten. Aber was? Hm. Egal. So, als erstes probieren wir schnell alle roten Punkte einzusammeln. Rote Punkte. Hier ist nichts. Äh, hier ist das. Und, was ist das? Und, was ist das? Und, was ist das? Der König hat nichts. Immer noch Angebote? Hm. Da, da. 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 Ich weiß nicht, wo der rote Punkt ist. Ich gleich nochmal schon. Erstmal mache ich die anderen roten Punkte. Na, Ausrufzeichen. Oh, Spieler. Hey, du. Wer bist du? Egal, du darfst da bleiben. Nee, ich muss den hier nehmen. Herausfordern. So, ist mein stärksten Leute drinne. Und dann mal weiter. Angriff. Oh, hier. Die sind schon ewig mit den Dingens drin. Ich glaube noch. Einmal geht es. Ich glaube noch. 21 Ton habe ich schon. Boah. Was habe ich schon noch nie gehabt. Ich krieg nur 7. Ich möchte aber 21 Ton. Das kommt, zweitemal. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. Die finde ich cool hier. Und die verlebt sich einmal selbst damit auch. Der gibt allen ein Schutzschild. Oder? Ne, die gibt allen einen Schuss. Sie legt sich an. Normaler Tänk. Der macht auch noch was. Wie weit war ich denn jetzt gewesen und gar nicht nachgeschaut. Egal. Weiter geht es. Events. Labyrinth. Oh, das dauert wieder was hier. Tada. Ich möchte nur kämpfen. Ach. Ich wollte was ausprobieren. Genau. Ich wollte mit den schlechtesten anfangen. Tak tak tak, alle dort. Aber warum? Hm. Mein Baden. Hm. Bei irgendeinem Spiel habe ich das gemacht und da kam ich richtig gut voran. Wo ich mir die schlechtesten anfangen habe. Ich hoffe bei den Spiel ist das auch so. Cool. Nur eine dort. Hm. Die goldenen Mütte. Immer auf alle. Zack. Was ist dein Loch? Wo ist es gerend? Wo ist es gerend? Was ist Gelendung. Okay. Weißt du auch nicht. Was ist jetzt passiert? Die? Was ist Gelendung? Was sein? und zwei neue Leute rein 2 ist das war noch die schwachen wo die Fee ja die sitzt doch so im Wesel ist das so seltsam oder nicht? liegt wohl in der Mitte immer der Bade macht fast das ist gut legendär ist doch noch besser kippisch an alle ich habe noch genug an alle oh die ist 10 Minuten schon vorbei das ging heute richtig schnell jetzt habe ich einen Gott mein Gott kämpft jetzt auch mit ne doch nicht oder? doch warte mal das war doch der hier das ist der weiße Kranz ach hier die ist ja auch ein Gott die beiden sind Götter der bei bei Oh, Eladon. Das war es Eladon. Und, das ist Eladon. Ah, Schall, Eladon. Kein Problem. Oh, jetzt meine Starken schon. Oh, jetzt immer Neues. Geht alles ein bisschen schneller. Ah, ne, den haben wir schon, das weiß ich. Die haben wir nicht genommen. Wiederbelebt. Ein Zufliegerheld wurde wiederbelebt. Das ist gut. Dann mach mal die Meckle. Dann mach mal die Meckle. Reintreten. Geil, Mütter. Geil, Mütter. Geil, Mütter. Geil, Mütter. So, jetzt habe ich einmal hier Heilen. Heilen. Oder einen neuen Charakter. Ich werde einen neuen Charakter nehmen. Weil Heilen ist für mich unwichtig. Ich probiere viele Charaktere auszunehmen. Und lasse ihn einfach sterben. Und später, wenn ich zu einem Brunnen komme. Zu dem einen. Äh, nicht zu dem Brunnen, zu dem Typen. Der soll mir einen wiederbeleben. Ein Zufälliger. Das ist der der stärkste. Dann werde ich den also nehmen. Und da kann ich einmal einkaufen gehen. Und wieder einen neuen holen. Dann nehme ich wieder einen neuen. Ich gehe nicht einkaufen. Kein Geld. Da ist der der stärkste. Und dann gehts nochmal weiter. Ich probiere mich immer so in der Mitte aufzuhalten. Ich gehe nicht. Okay. Ah ne rechts, die sind stärker. Ich brauche eine Herausforderung. Ah, ich bin lieber links lang gegangen, dann könnte ich da noch einmal kämpfen, weil jetzt bekomme ich da zu einem Brunnen zu, den möchte ich ja gar nicht, nehme ich halt noch einen Charakter mit. Geh mal das gleiche mal lieber, nee, 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 weiter, belebe irgendeinen und der nächste Endkampf. Oh mein Bade, das ist doch schön. Noch zwei habe ich. Kein Problem. Geh auch schnell. Naja, waren ja noch zwei Gegner da. Gut. Und, ein, und weiter geht's. Oh, ich darf hier sofort wieder einen Beleben. Oh. Oh, ich darf nur noch eine Phew-belangreise sein. Quindi, will ich schon mal wieder ein confronte? Okay, okay. Ich darf nicht mehr so. 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 Ich darf nicht mehr so.' Ich darf nicht mehr. jetzt muss ich erstmal gucken wie viele leute ich wovon habe das ist nur für den einen einzigen charakter und ich würde sagen dann würde ich den hier nehmen das haben glaube ich nur die drei leute die ich beschworen habe das müsste mehr leute haben okay jetzt habe ich heilen oder was kaufen dann gehe ich auch kaufen das sind alles diamanten hier wie viele diamanten habe ich das können ein paar leute mehr tragen hallo 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 arbeit So, ich bin wieder da, tut mir leid. Könnte ich kaufen, würde ich aber nicht Diamanten verlassen. Das wäre vielleicht heilen doch besser gewesen. Das ist die Fertur. Gut, gut, gut. jetzt habe ich ein Problem glaube ich ich komme nicht mehr weiter ok dann sind wir hiermit fertig schade dann schauen wir uns das nächste Event an was haben wir hier noch? Verstärkung Verstärkung gratis testen den hatte ich damals gehabt der war auch cool wo habe ich den? ich weiß es nicht mehr hier sind ja auch Sachen die ich schon sowieso habe die habe ich die hier habe ich also man darf hier sich irgendeinen ausleihen für 48 Stunden das war auch ein Heiler nehmen wir einfach den Tavern wechseln wir wieder ich habe einen davon die habe ich aber schon und Rakete habe ich 0 Herzen habe ich 1 ich brauche aber mindestens 10 Diamanten habe ich 22.000 oh das reichlich viel ich muss glaube ich am Tag drei stück beschwören für die Quest ich weiß es jetzt nicht eine Wunschliste machen okay die oder diese nehmen wir nichts ist neu ich brauche neuer Stück machen wir das Gibt ja mal jemanden aus hier. Zack. Alle umdrehen. Und haben wir schönes... Oh, da. Hipsch. Den habe ich doch schon. So ein Mist. Und gleich welche verkauft. Gut. Jetzt weiter geht's. Und nochmal. Hallo. Morgen. Ja. 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 Ich weiß, was ich schckets? Ich denk, was ich denn? Ich will es schätzlich bleiben, wenn ich hier aufstehe. Ich danke Ihnen. Jetzt bin wir da. Das ist das Herz. Ich bin der Herz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hm? Ist nur eine Rangliste? Okay, ist nur eine Rangliste. Das war's. Hier, tauschen. Ah, ich kann hier die Federn sammeln und dann eintauschen. Okay, jetzt habe ich nur eine Kiste gewollt. Und hier? Nehmen und nehmen. Meine Tasche wird immer voller. Schön. Gut. Frühlingspaß leuchtet immer noch. Keine Ahnung. Dann zu nächst. Ah, ok. Training, Verlauf, Karten. Okay, hier mal weiter. Okay, hier mal weiter. Gehen wir mal hier in der Bücherei, aber da etwas städtigen. Okay, ist live. Hallo? Erst die 18. Erst die 18. Erst die 18. Was ist das? Okay. Erst die 18. Erst die 19. Erst die 19. Dann habe ich einen Merode zu wechseln. Das ging nicht weil es eine Extraktur war. Und ich musste dies, was er auf T2 herausgenommen hat. Dann habe ich einen Fehler gezeigt und dass ich den Fehler übersprungen habe. Äh, wenn ich übersprungen habe, habe ich gerade drei, zwei, drei Schäden zu machen, das habe ich dann immer schwer rausgemacht, zwei Hautpläne wieder reingemacht, von Ihnen. So, okay. So, okay. Okay, und wieder da. Dann machen wir das schnell noch hier, bevor ich wieder anrufen werde. Ah ne, den lassen wir, einer von mir. Auch einer von mir, lassen wir. Gut, dann passt das doch. Bibliothek ist fertig, hier, Belohnung abholen, noch mehr Diamanten. Ja, ich habe von 3000 fast bezahlt, deswegen brauche ich jetzt wieder Diamanten. Okay. Ich fahre da mit Freunde jetzt an. Senden, unterhalten. Mails, allein sehen. Alle löschen. Alle einsam. Keine Belohnung abholen. Verstetigen. Verstetigen. Okay. Den muss ich nehmen. Fünfmal. Okay. Und. Warte, nicht gerade, dass ich noch was nehmen sollte. Äh, Diamanten. Äh, brauche ich nicht. Jetzt. Dann machen wir doch hier die Bibliothek, die anderen nochmal hier, hole ich meine raus, dann verschwindet das rote, dann haben wir den hier, zack. Und da noch einmal. Und da noch einmal. mal. Naja egal. Crest annehmen, annehmen, annehmen. Heldin, er muss schon die Weißen trainieren. Hochleveln. Wo stand das Level bei denen? Ach da. Auf 71 war das. 71. Ich ging jetzt erst mal schon auf 80. 80. Ausrüsten. Ja ok. 80. Die jetzt auf 80. Spa. Und. Ausrüsten. Überwohnroter Punkt ist eine Ausrüsten. Ausrüsten. You dare. Time. Aga. I shall free us. So it begin. Where flowers bloom, so. I heed. No. I am strong. You play a dangerous game. I shall free us. I heed. So it begin. I'm coming. I am strong. I am the. Breathe the free air again. Do you like my shiny gun? I heed you. You play a danger. I am coming for you. No. I hear. Ever. So it begins. Hahaha. You play a dangerous game. I am coming for you. I am the Aerith. 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 Nobody else. Breathe the free air again. Ok. Das waren alle meine Kalpäre. Alleim ausgerüstet. Schön. Äh. Den epischen könnte ich nochmal schnell hochleveln. So habe ich den schon. Vielleicht kann ich den dann mit den anderen transformieren. Jawohl. Bestätigen. Und weiter. Bestätigen. Und weiter. Bestätigen. Und weiter. Und weiter gehts nicht. Fähigkeiten. Ok. Gut. Dunkelwald. Die kriegen wir noch heute. Ah. Was fehlt. Also fehlt zwar keiner. Aber. Ich hab lieber noch einen. Helden. Ach das ist jetzt. Wo ich denke wer gewinnen wird. Und. Ok. Fertig. Quest. Noch einen. Fertig. Feldzug. Einer. Fertig. Und. Ich versteh nicht. Wo ist denn hier? Was? Das ist so schlimm gedrückt. Der Affenkönig, ja? Ah, ich muss 6-20 erst geschafft haben. Ich komme für dich. Okay. Was ich töte, bleibt tot. Ich bin der Heir von Asch und Feuer. Gut. Das war's. Angebote immer noch. Ich versteh nicht. Was soll ich denn hier machen? Okay. Ich habe keine Ahnung was ich hier machen muss. Ich würde mal sagen, das reicht weiter für heute. Wurde schon oft genug runter brauchen wir den Telefonrat. Hier lädt er noch was runter. Okay. Okay. Wie weit bin ich hier? Ich bin erst bei 5-34. 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 Nächster Kampf. Ich bin erst bei 5-34. Ich bin erst bei 5-34. Ich bin erst bei 5-34. Los, Kemp, meine Leute, Kemp! Oh, das war knapp, aber trotzdem, gewonnen, sind ja doch mehr als drei Kämpfe. Aber es ist irgendwie ziemlich schnell. Nur nicht mal eine Minute. Oh. Oh. Okay. Der letzte. Dann ist der Kumpel am Schluss. Ja, das gewinnen wir noch. Zwei sind da. Zack, zack, zack. Goat. Oh. 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 Jawoll. Muss man das verstehen? Angebot ist immer noch das gleiche. Oh. Und Helden? Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Du bist ja alle von Urlaufen. Echt? Da Costa Energies war. Ich bin. Ich bin. D adoles ist es? Ich spüre den Schrauben. Ich bin. Entwüchst du. Ich seen mich noch. Tiruse mich melde... andar wir an... Ich verstehe nicht, warum ich da bin. Ah, ich hätte ja ausgemissen. Gut, jetzt sind wir in Kapitel 6. Okay, dann war es das für heute. Kapitel 6 erreicht. Einen roten Punkt nicht geschafft, keine Ahnung wo der ist. Egal. Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge seid. Bis dann, bis dann viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.